Musik 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 Schnupgeln Schiss Schicksal Schicksal Halt's Maul! Hey Leute, also wir haben da diese eine Sache auf unserem zweiten Kanal, die wir machen, die sich Wörter rückwärts nennt. Break Oop KACK KACK Woh Gell Hehehehe Also wir wollen jetzt noch einen Schritt weiter gehen und das ganze mit Aktionen machen. Also ihr habt uns einige Vorschläge da gelassen und wir haben sie noch gar nicht gesehen. Ja, also. Mal sehen, was ihr so habt. Wörter rückwärts sagen Challenge! Hüpfen Hüpfen So sieht's normal aus. Also so. Yeah! Was ist das? So hüpft man eben, mein Sohn. Okay. Das sieht so bescheuert aus. Oh! Oh! Das sieht richtig gut aus. Ja! Ich seh so aus wie jemand, der gerade erst gelernt hat, wie man seine Beine benutzt. Mach den Moonwalk! Moonwalk! Nun, ich kann den Moonwalk nicht. Also, wie schlimm soll es schon werden? Das sieht fürchterlich aus. Du besitzt dennoch Swag. Du hast diesen weißen Jungs Swag. Michael Jackson, sei stolz in deinem Grab. Das sieht gut aus wie ein gruseliges Rückwärtsgehen. Oh! Ich hab, ich hab einen! Macht euer Bett! Dein Bett machen! Und genau so sieht es aus, wenn ich jeden Tag mein Bett mache. Wenn ich da noch einen Daumen nach oben gebe. Und dann geht's los. Was? Im Bett herumrollen? Was war denn dieser Hüpfer? Ich weiß nicht. Ich hab das Bett ein wenig gebumst. Nö. Mir gefällt, wie es so hochgeflogen ist. In Ordnung. Und da bummst du irgendwelchen Geräuschen. Sehr vorsichtig. Ich bin sehr vorsichtig. Wow! Hey! Das Pikachu ist gespr... Warte! Spur zurück! Spur zurück! Das Pikachu ist in deine Arme gesprungen! Ich weiß! Das liebt mich! Yeah! Oh yeah! Yeah! Perfekt! Auf einer Bananenschale ausrutschen! Auf einer Bananenschale ausrutschen! Warte! Warte! Oh hey! Was ist das? Guck auf! Du bist nicht mal ausgerutscht! Siehst du denn? Ja! Du hast dich einfach nur hingelegt! Das sieht so aus, als wärst du erschossen worden! Warte, geh zurück! Einer auf dem, wenn ich sie berühre! Bei der einfachsten Berührung lässt sie mein Körper einfach umfallen! Nach der Berührung gehst du noch... In Ordnung. Jetzt werde ich wohl rückwärts fallen müssen! Äh... Guck! 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 Also da lauf ich entlang! Siehst aus, als hätte ich einen... Als hätte ich einen Stock in meinem Arsch! Ich ruts aus, bevor ich es treffe! Du hast ihn nicht mal berüh... Baut ein Kartenhaus! Baut ein Kartenhaaus! Also ich musste dieses Kartenhaus bauen, damit ich es rückwärts machen kann. Und dafür habe ich 20 Minuten gebraucht. Und das ist wunderschön, ich weiß. In Ordnung. Rückwärts! Nja, hab so kanske! Nja, nein, das ist... Nja, nein, meist... Njaa... mmaahah... rewrite... Waaah... njaa... NW now the last... chill ist waaahm... Gehört, der ist also okay. Legen wir los. Sonst wäre ein wenig Magie. Hi, Gum. Magie. Ich hab's gesagt. Oh, verdammt. Das war geil. Das war gut. Oh mein Gott, Leute. So gut. Vielen Dank, Leute, für eure Vorschläge. Die waren fantastisch. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, dann hinterlasst unten einfach einen Kommentar. Klickt Like. Ja, und klickt Like. Und wir wissen, dass wir es nochmal machen sollen. Gebt uns. Ich will noch mehr davon machen. Das war so spaßig. Und, äh, oh ja, fickt uns bei Twitter hinzu, sodass wir, wenn wir sagen, gebt uns eure Vorschläge. Das auch. Wir es wissen. Vielen Dank, Leute. Äh, jiep. Äh, jiep. Äh, jiep, 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 jiep. Miee. Miee. Biee. Baaai. Hey Leute, DragonDub hier. Wenn ihr euch das originale Video ansehen wollt, dann klickt auf das linke Feld. Klickt auf das rechte Feld und ihr gelangt zu weiteren Playlists und somit auch anderen Videos von mir. In der Mitte findet ihr dann die Castliste zu diesem Video. Danke fürs Abonniern. Nein, nur mal so viel.